Herzlich Willkommen zum Kotschersport TV. Heute stelle ich euch die neuen Schaufensterpuppe vor. Und mit dieser Fernbedienung lasse ich dich etwas bewegen. Und nochmal. So, das wäre es gewesen für diese Woche und bis zum nächsten Mal. Die Testung hat die neue Futures für unsere Schaufensterpuppe. Winkeffekt. Stufe 1. Stufe 2. Stufe 3. Und dann kann man sie wieder abstellen. Ups, funktioniert nicht mehr.